Hallo zusammen, AI Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Reinheit geht vor, anzunehmen bei Vesifon in der Bastion an dieser Stelle. Forquest war die Hand des Zweifels und wie ihr seht ist man hier auf so einer hohen Plattform. Solltet ihr aus Versehen Wunder gefallen sein oder aus Versehen weggeportet, könnt ihr hier hinkommen indem ihr an dieser Stelle eine Plattform sucht. Ihr müsst es irgendwann eine Plattform geben, da werdet ihr hochgeportet und kommt hier hinaus. Nehme die Quest jetzt an und nun darf man Vesifon sagen, ich werde mit euch fliegen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder Forgequest, schaut in die Videobeschreibung. Da werde ich euch ein Video verlinken, wo ich die komplette Hauptquestweihe von der Bastion aufgenommen habe am Stück. Also von Anfang bis man diesen Erfolg bekommt, der Pfad zum Aufstieg. Das ist der Erfolg für die Hauptgeschichte. Außerdem habe ich im besagten Video in die Beschreibung die Zeitpunkte eingetragen, wo ich die Quests angenommen habe. Denke mal, das wird euch weiterhelfen. So könnt ihr direkt zur gesuchten Quest springen oder zum gesuchten Unterwerffolg. Nun darf man ein bisschen abwarten. Falls ihr mir ein bisschen helfen wollt, wäre es cool, wenn ihr euren Adblocker deaktiviert. Das würde mir ein bisschen helfen. Kannst verstehen, wenn ihr es nicht macht, aber falls doch, bedanke ich mich schon mal im Voraus. Danke. Sehr nett von euch. Quest ist abzugeben bei Clea in der Bastion an dieser Stelle. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in dem Miete so einen Knopf ein. Desweitens findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Heizocke Ende